Was steckt hinter dem Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina? Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Halmich. Hintergründe zum Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich. Der bevorstehende Boxkampf zwischen dem ehemaligen Fernsehmoderator und Entertainer Stefan Raab und der ehemaligen Profi-Boxweltmeisterin Regina Halmich löst in der Öffentlichkeit rege Diskussionen und große Begeisterung aus. In der Boxwelt, die meist von männlichen Athleten dominiert wird, scheint dieser Kampf nicht nur als Sportveranstaltung, sondern auch als kulturelles Ereignis wahrgenommen zu werden. In den letzten Wochen haben sich sowohl Raab als auch Halmich in zahlreichen Interviews zu dem anstehenden Wettkampf geäußert. Raab, der für seine vielfältigen Talente und seinen Humor bekannt ist, wird als Außenseiter betrachtet. Experten betonen, dass seine fehlende Erfahrung im Boxring im starken Kontrast zu Halmichs jahrelanger Erfahrung steht. Der Hype um das Event wird nicht nur durch die sportlichen Aspekte genährt, sondern auch durch die mediale Inszenierung, die dieses Aufeinandertreffen in den Vordergrund rückt. Regina Halmich, die sich in ihrer aktiven Karriere einen Namen gemacht hat, wird von vielen als Favoritin gesehen. Sie hat durch ihre beeindruckende Bilanz von 54 Kämpfen, von denen sie 23 durch K.O. gewonnen hat, das Vertrauen der Fans gewonnen. Laut Halmichs letzten Statements betrachtet sie den Kampf als spannende Herausforderung und freut sich darauf, ihre Fähigkeiten im Ring unter Beweis zu stellen. Sie erwartet, dass der Kampf nicht nur sportlich, sondern auch unterhaltend wird. Auf der anderen Seite hat Raab, der in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehensorg betont, dass er sich gut vorbereitet und hart trainiert habe. Seiner Überzeugung nach könnte es durchaus zu einigen Überraschungen während des Kampfes kommen. Seine Fans zeigen sich optimistisch und glauben an einen spannenden Wettkampf, während Kritiker anmerken, dass ein unbestrittener Weltmeister gegen einen ehemaligen Fernsehmoderator wohl eine ungleiche Partie ist. Die Vorfreude auf das Event wird auch durch die umfangreiche Medienberichterstattung gesteigert. Zahlreiche Talkshows und Sportmagazine haben Raab und Halmich als Gäste eingeladen, um über den bevorstehenden Kampf zu diskutieren. Experten sind sich einig, dass dieser Kampf weit über die individuellen Fähigkeiten der beiden Kämpfer hinausgeht. Vielmehr wird er als das aktuelle Phänomen der Vermischung von Sport und Entertainment betrachtet. Ein Aspekt, der oft im Vordergrund steht, ist die Frage nach der Vermarktung des Kämpfens. Raab und Halmich haben sich bewusst entschieden, dieses Event als eine Art Showkampf zu inszenieren, was die mediale Aufmerksamkeit weiter steigert. Zuschauer sind eingeladen, sich auf ein buntes Rahmenprogramm zu freuen, das musikalische Einlagen und Präsentationen umfasst. In einem weiteren spannenden Punkt wurde thematisiert, wie die Geschlechterdynamik im Boxsport einen neuen Blickwinkel auf den Wettkampf wirft. Experten haben angemerkt, dass der Kampf von Raab und Halmich nicht nur ein sportliches Ereignis ist, sondern auch eine Botschaft an die Gesellschaft senden könnte. Der Boxkampf stellt die Gleichheit der Geschlechter auf überraschende Weise unter Beweis und fördert die Sichtbarkeit von Frauen im Sport, was in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat. Die Vorbereitungen für diesen mit Spannung erwarteten Boxkampf steigen und die Diskussionen häufen sich ebenso. Zuschauer sind gespannt, was das Event für die beiden Athleten und für die Zuschauer bereithält. Autor Anita Farke, Sonntag, 8. September 2024.